Musik 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 Ich hab's große Messer in der Hand! Musik Schnittlauchröllchen für den Quark Musik 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 Zu unserer heutigen 1. Mai-Feier, die wir ja traditionell schon seit vielen, vielen Jahren immer gemeinsam mit der SPD in Egelsbach und der SPD Erzhausen und dem DGB durchführen. Ich begrüße jetzt erstmal ein paar Ehrengäste. Wir haben heute den Bürgermeister Sieling hier. Wo ist er denn? Wir haben außerdem zu Gast heute den zukünftigen Bürgermeister. Wo ist er? Herr Wilpack. Es ist unser Tag der Arbeit. Es ist ein Tag, an dem wir unsere Anliegen hier und in über 500 weiteren Orten gemeinsam zum Ausdruck bringen. Wir fordern Teilhabe. Wir fordern gute Löhne. Wir fordern gute Arbeit. Wir fordern einen solidarischen Sozialstaat und wir fordern Mitbestimmung am Arbeitsplatz. In diesen Tagen beschäftigt uns die Mitbestimmung ganz besonders. Überall in Deutschland werden Betriebsräte gewählt. Mitmachen dürfen alle Beschäftigte, unabhängig von ihrer Nationalität. Die Wahlbeteiligung wird wohl höher sein als die der Bundestagswahl. Wir kämpfen für Demokratie und gegen Demagogie auch in den Betrieben, Kolleginnen und Kollegen. Statt die Belegschaften zu spaltern, schaffen wir Solidarität. Statt an Parolen arbeiten wir an Verbesserungen im betrieblichen Alltag. Statt Hass und Gewalt gegen Schwächere zeigen wir klare Kante gegen die Brandstifter auch in der Chefetage. Immer mehr Menschen sind auf Pflege angewiesen. Auch deshalb brauchen wir endlich mehr Pflegekräfte in den Altenheimen und bei den ambulanten Diensten. Diese Politik der AfD bedient die Interessen der Arbeitgeber, der Unternehmen und der Reichen. Wo sind Sie, die Musiker? Kommen, 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 kommen. Kinder, die Musiker? Musik 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 Wir haben dann die Presseberufs. Da habe ich schnell die Presseberufs. Der hätte 5500 Euro wie ein Land. Ich hätte jetzt die Röste zusammen noch verholen oder wieder raus. Ja, das Spülbeck kostet extra. Die Röste. Die Röste. Die Röste.